Meine lieben Roommates, es ist wieder soweit, alle Wege führen nach Rom, der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Joko Winterscheidt. Nee, andersherum. Dein Name ist Paul Ripke, mein Name ist Joko Winterscheidt und ich grüße auch meine lieben Roommates. Und wer hier auf YouTube zugeschaltet ist und sich wundert, warum es so düster ist, es ist eine sehr lange Folge geworden, aber eine sehr gute Folge, wie ich finde. Sie fängt im Hellen an. Sie fängt im Hellen an, bei schönstem Sonnenschein. Mittlerweile sind mir die Füße so abgefroren, dass ich Angst habe, dass wenn ich jetzt gleich auftrete, dass sie zerbersten wie kleine Eisbrocken. Aber es ist nicht weiter schlimm, denn es hat sich gelohnt. Heute haben wir unfassbar viele Themen. Es hat Klaas angerufen, live und unvorbereitet und relativ überraschend, aus dem Fernsehen im Podcast sozusagen. Dann haben wir, worüber haben wir noch geredet? Wir haben uns sehr verquatscht, es ist wirklich viel zu lang. Abermals haben wir über Rennradfahren gesprochen, was aber natürlich das allumfassende Thema in meinem Leben auch gerade ist, als auch in deinem Leben. Wir haben endlich vielleicht bald ein gemeinsames Hobby. Dann haben wir aber auch noch über all das Positive, was gerade so los ist, gesprochen. Das finde ich, muss man ganz besonders herausarbeiten. Denn allen geht es gerade irgendwie nicht so gut, aber es gibt so viele tolle Dinge und die haben wir alle herausgearbeitet. Genau so ist es. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr mal einen Screenshot macht, wenn ihr das hier hört, ihr Roommates da draußen, das für uns vielleicht verlinkt, nicht nur AWFNR verlinken, sondern auch Joko und Paul, sodass wir, also ich bin Paul Rippke und Joko heißt, wie heißt du auf Insta? Officially Joko. Officially Joko. Und damit wir das reposten können und damit wir ein bisschen mit euch in Kontakt treten können. Und es gibt nach wie vor unseren Newsletter. Jeden Freitag schreiben wir euch eine Mail und da sind sehr, sehr, sehr viele Infos drin. Nicht nur das, worüber wir gesprochen haben, sondern zusätzliche Sachen über Artikel, die wir lesen, über Videos, die wir schauen, über Produkte, die wir kaufen wollen, über Leute, die wir supporten wollen. Und der lohnt sich jede Woche. Da steckt ziemlich viel Arbeit drin. Da würde ich mich freuen, wenn ihr den abonniert auf awfnr.de. Ich würde mich auch freuen. Und ich würde auch nochmal unsere beiden Instagram-Profile diese Woche anhängen, falls ihr nicht wisst, wer wir sind. Okay, das tun wir. AWFNR wird präsentiert von? O2 für mehr O in deinem Leben. Das ist richtig. Ich wollte es mit deiner goldenen Hänne gerade sagen. Mein Gehirn hat falsch funktioniert. Nee, nee, die goldene Hänne, damit sind wir ausgezeichnet. Und präsentiert werden wir von O2 für mehr O in deinem Leben. Und jetzt geht's los. Richtig. Hallo, Joko. Hallo, Paul. Hast du was getrunken gerade? Ich habe dich doch ausatmen. Ich habe dich ausatmen lassen. Es ist wieder Zeit. Es ist Zeit für ein gutes... Wenn es nicht bezahlt ist, kann man das so oft sagen, wie man will. Tegern sehr hell. Tegern sehr hell, Tegern sehr hell, Tegern sehr hell. Kleine oder große Flasche? Nee, die kleine. Okay, die ist gut, die 033er-Flasche, ne? Es ist aber auch, wenn man hier so abends... Ich sitze ja abermals draußen, habe eine dicke Jacke an, weil es sind irgendwie gefühlt drei Grad in München. Und die Abendsonne ballert hier aber gerade wieder so geil rein. Und man hat so das Gefühl von, auch wenn ich in Schalen eine Jacke und eine Mütze aufhabe, hat man das Gefühl von Feierabend, obwohl es gerade erst losgeht. Ich meine, das ist doch dein einziger Job jetzt, den du hier gerade noch hast, oder? Ja, tatsächlich, aber das ist das Allerschönste. Ich habe dich so doll auf dich gefreut. Du hast keine Ahnung. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Das mag ich jetzt gar nicht laut sagen, aber die letzten Wochen dachte ich immer so, okay, dann kommst du dann nach Hause, dann musst du schnell da rüber, dann musst du Paul anrufen. Und gerade hat das so eine Leichtigkeit, das mag ich total. Ich, ja, das ist doch schön. Warst du schon Radfahren? Was macht deine Rennradkarriere? Nee, ich war noch nicht, aber ich habe jetzt einen Großteil meiner Order da. Das heißt, ich lege jetzt so. Was hast du dir bestellt? Es ist gekommen, ich habe mir so einen geilen Schraubenzieher bestellt, der aber vorne so halb rund ist, so ein Löffel, mit dem du dann den alten Reifen von der Felge machen kannst. Weil ich will ja Gravelreifen drauf machen auf mein Rennrad. Kannst du da bitte eine Insta-Story drüber machen, wie du den Reifen wechselst? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe mir schon YouTube-Tutorials angeguckt, wie man Reifen wechselt. Wahrscheinlich ist das sehr gut dafür. Ich habe hier mal einen Platten gehabt im nächsten Ort, in Seal Beach. Und dann bin ich in so einen komischen Radladen halt. Da war zum Glück ein Radladen. Und dann war da ein Typ, der mit zwei Händen innerhalb von drei Sekunden den Mantel, so nennt man das draußen rum, rausgemacht hat, Schlauch gewechselt, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was ist denn der Trick dabei? Und er so, I worked 25 years in Tour de France. Also es war einfach ein Mechaniker dort. Ein bisschen überqualifiziert, würde ich sagen. Also es war auch das einzige Rennrad, was glaube ich da drin war. Der war eher so ein Elektrofahrrad, Beachcruiser-mäßige Ding. Und ja, es war auf jeden Fall wild. Aber das bringt mich auf eine Idee. Ja, kannst du sagen. Wenn wir beide irgendwann bei dir zusammenfahren sollten, dann kaufen wir vorher ein Kombi, bekleben den mit allem, was wir haben und machen oben noch zwei Räder drauf, suchen jemanden, der den Kombi fährt. Und dann möchte ich, dass der uns während der Fahrt, wie bei der Tour de France, den Reifen wechselt. Das geht nicht während der Fahrt, wenn ich das sagen darf. Ja gut, den habe ich gerade vielleicht ein bisschen übertrieben. Die können halt ganz schnell Räder wechseln oder auch ganz schnell Reifen wechseln. Aber was ich meine, ist so ein Begleitauto. So ein geiles Begleitauto. Das fände ich mega. Das ist von Skoda normalerweise. Ich glaube, alle Fahrradbegleitautos sind von Skoda. Und dann fahren die da so. Und dann sind da so in so einem Begleitauto, saß ich mal, als ich mit Eric Zabel Tour de France Fotos gemacht habe. Weißt du noch? Das weiß ich noch. Das habe ich dir immer mal erzählt. Und da saß ich genau in so einem Auto, wo oben drauf Fahrräder und hinten drauf dies und das. Und dann werden Wasserflaschen gebaut und platziert und unterschiedliche Laufräder mit unterschiedlichen, naja. Zehntausend Sachen. Bist du bei Strava? Ja, bin ich, aber ihr habt halt noch keine Tour. Bist du Mitglied im Paris-Bike-Club bei Strava? Nee. Soll ich ehrlich sein? Nein. Musst du unbedingt Mitglied werden. Da gibt es schon 200 Leute. Und dann ist man in so einem Club, weißt du? In so einem virtuellen Club. Und dann fährt man gegeneinander. Und ich bin diese Woche wirklich viel Rad gefahren und war ganz stolz. Und bin, habe die 1000 Meilen jetzt in diesem Jahr gebrochen. Und bin quasi... Jetzt schon? Ja. 1700 Kilometer habe ich jetzt geschafft. Habe ich ausgerechnet. Ist ungefähr wie von Hamburg nach Barcelona. Na gut, wenn du dann, sage ich mal, Anfang des Jahres bis fast Ende März gebraucht hättest, wäre das auch eine lange Strecke. Ja, das wäre sehr wichtig. Wie viel fahren die bei der Tour de France in Summe? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube... Nee, weiß ich. Weiß ich einfach nicht. Nee, keine Ahnung. Aber... Und ich dachte, ich bin da dann im Leaderboard irgendwie existent. Bin ich nicht. Weil im Paris-Bike-Club so Leute, die 1000 Kilometer in der Woche fahren. Das sind halt auch Tour de France-Fahrer und Rick Zabel und bla bla bla. Also es sind professionelle Fahrradfahrer da drin. Das ist ein bisschen frustrierend. Also man hat relativ wenig Chance, dort ins Leaderboard zu kommen. Aber ich habe... Ja? Joko, ich habe meine Frau angesteckt mit dem Rennrad-Virus. Ich habe Theresa ein Fahrrad gekauft und wir gehen Rad fahren. Mutiger Vergleich. Und da sind wir rangegangen und sind... Wir machen immer eine Pause in so einem Leuchtturm. Das ist genau zehn Meilen weg von hier. Und da gibt es so einen geilen veganen Acai-Bowl-mäßigen Lager. Und da sind wir da hingekommen und dann standen auf der Terrasse so neun Leute oder sowas. Und mit diesen Klick-Schuhen. Ja. Du hast doch erzählt, dass du ein bisschen Angst davor hast, ne? Ja, habe ich. Ich sage mal so, Theresa kam an und hat vergessen, dass sie noch Klick-Schuhe anhat. Und ist so ganz langsam angehalten und hat dann gecheckt, dass sie es nicht mehr hat. Und hat gesagt, Paul, 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 Paul. Ist aber von mir weggekippt. Und ich habe so ins Leere gegriffen. Und ist wie so ein Käfer über die Seite hingerollt auf dem Rücken. Und das Fahrrad war quasi 90 Grad nach oben oder 180 Grad nach oben. Und sie so... Und es hat ihr null weh getan. Es war nur so unfassbar peinlich. Weil halt neun Leute auf der Terrasse einen Meter davon entfernt standen und sich das alles interessiert. Und dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz schnell rein. Und ist ins allerletzte Eck von dem Café, hat sich versteckt. Und zwar hier. Oh Gott. Unfassbar peinlich. Aber es war auch ein bisschen lustig. Also, solange du dran denkst, dass du diese Pedale drin hast, ist alles gut. Also dann funktioniert das. Also dann kannst du ja so seitlich rausklicken. Aber wenn du... Ja, es wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, wenn du das vergisst. Weil dann ganz normal von Pedalen runter ist es halt nicht. Da musst du dran denken. Aber ja. Nö, sonst ist... Ey, Rennradfahren ist nach wie vor... Ist ja auch... Ich glaube, das wird mein neues... Also ich hab wirklich so... Wie gesagt, ich saß noch nicht drauf. Aber ich hab das Gefühl, das wird mein neues Hobby. Das ist so... Ich hab selten... Ja. Und ich hab auch einen sehr empfindlichen Bobbis, weil ich hab ja so einen kleinen, süßen Knackarsch. Ich hab ja nicht so einen riesen Hintern, wie man zummelt. Aber es ist ja... Also es ist ja nicht... Es geht nicht um die Größe des... Also ich glaub, die Druckposition... Wie formulier ich das jetzt? Das Steißbein. Ja. Ist das Steißbein... Das ist ja das Ende der... Der Rückenstange hier. Wie heißt das? Okay. Und wie heißt das... Der Bereich zwischen Hoden und Anus, um es mal so zu sagen. Wie heißt der Bereich? Weil der ist der, der weh tut. Muss man sagen. Auf dem steht man. Darauf kommt's an, wie spitze. Fährt man sich da so einen Wolf, oder was? Nee, aber es ist so... Man muss sich halt dran gewöhnen. Also es ist am Anfang mehr als am Ende. Und je nachdem, wie viel du halt fährst, was für einen Sattel du hast. Aber Profifrage. Ja. Wie ist es denn, wenn wir so Hosen dann anhaben? Also ich sag extra wir, weil wir beim Rennradfahren so Hosen anhaben. Haben wir, ja. Hilft uns das? Sehr. Ja, okay. Ja klar, es ist ja eine super Polsterung. Und da gibt's eben bessere und schlechtere. Muss man da noch mehr Polster reinmachen? Nee. Die sind ja in der Hose drin. Du solltest keine Unterwäsche da drunter anziehen. Dann reibt es auf jeden Fall. Also schön nackt in diese schönen Hosen. Ernsthaft? Ja, klar. Oder verarschst du mich jetzt in meinem nächsten Mal, wenn ich das das erste Mal benutzt habe, sage ich dir, du blödes Arschloch. Nein, keine Unterwäsche direkt da rein. Und ja, und auch die Trikots. Oh, warte mal. Das hat ja was... Hast du dein Telefon nicht ausgemacht? Joko. Ich gehe da mal ganz kurz ran, ja? Warum? Hier, hallo. Hallo, Joko. Was hast du dir denn da für ein Profi-Equipment geholt? Ich mache hier gerade einen Podcast. Warte. Bist du mal da? Bist du mal gerade? Ich sitze hier auf der Terrasse und ich mache einen Podcast mit Paul. Ah ja, okay. Also du machst jetzt eine neue Folge Alle Wege für nach Ruhm, ne? Und ich trinke ein Bier. Okay, das heißt, dir geht es also blendend, alles ist in Ordnung. Und irgendwann gehst du einfach betrunken in dein Bett, oder wie? Sag mal, Joko, ich wollte dich was fragen. Bitte. Und zwar haben wir eine Sache, die ich gerne machen würde hier. Und das kann ich aber nur machen, wenn du mir deinen Segen gibst. Ich würde unter Anbetracht der Maßnahmen, würde ich gerne einen Preis wieder ins Leben rufen, den wir gemeinsam erfunden haben, weil es an der Zeit ist, ihm wieder zu vergeben. Ich spreche vom goldenen Umberto. Für wen? Ja, das werde ich gleich noch sagen. Aber darf ich diesen Preis in der Krisen-Edition an den größten Idioten, der sich in der Krise als Idiot hervorgetan hat, vergeben, mit deiner Genehmigung? Darf ich das? Also ich muss sagen, ich fühle mich gerade total geehrt, dass du mich das fragst. Aber natürlich darfst du das. Der ist ja ins Leben gerufen worden, um genau solche Menschen auszuzeichnen. Idioten. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, Joko. Joko, du müsstest einmal bitte die Umberto-Hymne singen. Ansonsten können wir das nicht anfangen. Auch Joko, sing dir eigentlich. Da bist du dir mit Paul wieder einig. Da sagt Paul gerade sofort jemand so, ja, das macht das. Komm, kannst du bitte einmal, wir müssen hier weiterkommen in der Sendung. Wir haben nicht ewig Zeit. Bitte mach einmal bitte. Mach einmal die Umberto-Hymne. Auch Joko. A, brauche ich die Melodie dazu und B, pass mal auf, ganz kurz bitte. Ich sitze auf der Terrasse und ich nehme hier den Podcast auf. Das heißt, die Nachbarn haben mich die Tage schon mal gefragt, warum ich denn so laut telefonieren würde. Bis ich dann gecheckt habe, ah, wahrscheinlich haben die gehört, wie ich Podcast aufhabe. Wenn ich jetzt hier anfange, Umberto zu singen, dann muss ich mich in diesem Haus nicht mehr blicken lassen. In Italien, da gehen sie mit einem Bagno auf dem Balkon. Und da kannst du ja wohl ein bisschen singen, weil die Lebensfreude, du bist ja näher dran in Italien da, in München. Tu mal auf den Balkon da, da kommen die mit einer Trommel raus. Du musst auch verstehen, dass ich mich zumindest ein bisschen zieren muss. Ich kann doch endlich sofort sagen, ja, natürlich singe ich dir das. Nun mach Hinde jetzt. Aber ich brauche die Melodie. Das ist die Champions-League-Hymne, die wir geklaut haben, Mann. Die musst du dir vorstellen. Die musst du dir vorstellen, wir haben das nicht. Aber ich habe doch einen Einsatz, den ich nie getroffen habe. Wir haben das nicht. Deine Band kann doch hier... Nein, kann die nicht. Ich zähle es dir runter. Also, drei, zwei, eins, los. Umberto, umberto, umberto für den Rastet in die Ocken. Groß Applaus! Joko, das hast du ganz toll gemacht. Ich melde mich wieder bei dir. Gehst du nachher noch auf eine Bosse-Verkleidungsparty? Ich? Das ist einfach wahnsinnig geil. Nächstes Mal, wenn du was von mir möchtest, sag mir bitte einfach vorher Bescheid. Dann kann ich ein paar von meinen Produkten hier aufstellen. Dann kann ich da kurz Werbung für machen. Oh Gott, er rutscht mir ab in die Influencer-Szene. Also, grüß mal bitte, Paul. Ich höre mir sehr gerne eure neue Folge an. Ich freue mich auf die neue Folge AWFNR. und wünsche euch einen schönen Tag noch. Genieße den blauen Himmel, mein Freundchen. I! Warte mal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Mach nochmal. Das müssen wir zensieren. Bitte auflegen. Auflegen, tschüss. So, da habe ich jetzt aufgelegt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das hier in unseren Podcast reingefallen ist. Aber jetzt habe ich ein viel größeres technisches Problem, Paul. Die Videoaufnahme starten. Das müssen wir jetzt live. Die musst du einfach neu starten. Nee, die läuft schon wieder. Die habe ich wieder neu gestartet. Weil mir ist ja mein Telefon aus der Hand gefallen. Und das ist mir auf den Stop-Button von der Videoaufnahme gefallen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich dich auf dem Rechner höre und ich frage mich, warum. Jetzt muss ich mir hier ganz kurz, das machen wir jetzt live im Podcast, okay? Du musst mir jetzt helfen. Wie kriege ich dich jetzt vom Laptop wieder auf meine Kopfhörer? Du hast, du musst bei, also wir sind ja in Google Chrome. Du musst wieder in Google Chrome gehen. Chrome. Und dann, nee, also du kannst auch einfach auf oben die Lautsprecher, auf das Lautsprechersymbol in der Kopfleiste von macOS, kannst du auf rechte Maustaste draufklicken und dann kannst du wahrscheinlich ein anderes Audiosignal. Nee, das ist aber lustigerweise auf meinen Kopfhörern, die liebevoll JHP heißen. Da musst du in Chrome und bei Chrome wieder in die Einstellung auf welche, also Input und Output kannst du da auswählen. Und da musst du halt auswählen, dass der Output über... Mikrofon. Mit dem Mikro und dann das andere mit dem anderen. Joko, soll ich, ich könnte kurz in die Werbung gehen. Ja, mach das doch mal. Dann sortieren wir die technischen Probleme. Ja, okay, sehr gut. Das ist doch ein guter Vorschlag. Dann machen wir gleich weiter. Nein, das ist viel zu viel. Hier passiert mir viel zu viel dafür, dass wir gerade erst angefangen haben. Ich fand es super, dass ich das mal live mitkriege, wie ihr da so miteinander sprecht. Das ist doch schön. Und ich habe eine Bierflasche in der Hand. Ich sehe wahrscheinlich aus wie das Schlimmste. Naja, reden wir gleich. Also, so wird Fernsehen gemacht, ja? Das ist nicht nur Fernsehen, Premium-Fernsehen. Feinste Unterhaltung. Okay. Na gut, dann mal kurz in die Werbung. So, Joko, mein lieber Freund. Mit dem Chromebook wäre dir das nicht passiert, mit den unterschiedlichen Sachen. Das ist nämlich der Werbepartner heute. Das Chromebook ist einfach, sicher und schnell. Einfach deswegen, weil es sehr, sehr viele Apps gibt, wie vom Smartphone. Genau mit denen kannst du einfach sehr, sehr schnell das alles aufmachen und DMs machen und alles, was du sonst so machen kannst. Auch zocken. Minecraft gibt es übrigens auch. Vielleicht was für dich. Und der Akku ist relativ lang. Der Akku geht den ganzen Tag und ohne Ladegerät bis zwölf Stunden. Genau. Und wo gibt es das? Wie, was meinst du, wo gibt es das? Es gibt eine Webseite, wo du nochmal nachschauen kannst. Ach so. Google.com slash Chromebook. C-H-R-O-M-E-B-O-O-K. Und dann kannst du da mal drauf gehen. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so am Start war. Ich hatte gerade wieder technische Probleme. Ich brauche wahrscheinlich wirklich eins, weil ich gerade ganz kurz dachte, mein Quicktime ist aus. Aber läuft noch. Alles gut. Kein Computer wie jeder andere Computer, das ist Chromebook. Einfach, sicher, schnell. So, wie, dieses Telefonat, ich möchte jetzt nochmal mit, ist es immer so, wenn du mit Klass telefonierst? Also ist das die Normalität gerade gewesen? Was hat dich daran gestellt? Ganz schön chaotisch und ganz, ganz, aber also auch herzlich. Und er war ja wirklich ein bisschen eingeschnappt, dass er als dein bester, also, ist er eifersüchtig? Ist das ein Thema bei ihm? Hast du das Gefühl? Ja, weiß ich nicht. Das können Leute von außen wahrscheinlich immer besser beurteilen. Ich würde sagen, nee, aber vielleicht habe ich das immer falsch gedeutet. Vielleicht ist er total eifersüchtig und ich habe das einfach nie richtig verstanden. Er hat ja immer gesagt, früher hat er immer in Interviews gesagt, dass wir privat keinen Kontakt haben, da war ich immer am Anfang ganz schön angefasst, weil ich immer dachte, ich sag mal, das kann er doch nicht erzählen. Das wirkt doch dann so, als wenn wir nur beruflich befreundet sind. Aber mittlerweile unterschreibe ich das halt eiskalt und sage, privat kein Kontakt. Und ich weiß nicht, ob er da einfach weiter war in der Haltung des Zwischenmenschlichen oder ob er, ja, oder ob ich einfach zu lange gebraucht habe, irgendwann zu verstehen, dass wir einfach nicht zueinander passen, so gut wir zueinander passen. Weißt du, was mich schon oft in der, also, du hast mir mal eine Geschichte erzählt. Ja. Und die beschäftigt mich bis heute noch jahrelang und immer wieder und wieder denke ich daran, dass wenn ihr ein bisschen Ärger hattet und ihr euch, also wenn ihr so untereinander auf so einem langen Dreh und vielleicht mal nicht so gut verstanden hättet, dass dann Klaas immer mal wieder kurz vor der Aufsage zu dir gesagt hat, oh, Joko, du hast ein bisschen Mundgeruch. Und das finde ich so krass und ich habe so oft darüber nachgedacht, wie asozial das ist, weil man ja nichts dagegen machen kann in dem Moment, dass man, dann muss man so ein Spiel zusammen oder gegeneinander oder was auch immer und das verunsichert einen ja so zu Zutiefst. Zutiefst, aber das muss man ihm lassen, das ist ja auch, wenn du, egal, auch Duell um die Welt oder so, in so Sendungen, wo es dann, keine Ahnung, er führt 3-1 in Spielen oder 2-1 in Spielen oder in Matzen, der nutzt jede Gelegenheit, um zu sticheln, um dich quasi psychologisch so kampfesunfähig zu machen, dass du halt einfach dir denkst, scheiße, es läuft nicht, es funktioniert nicht, das hat er voll drauf. Also der hat, glaube ich, ähm, was so taktische Spielführung angeht, ist er mir im Längen voraus. Ich bin immer total bemüht zu gucken, dass es ihm gut geht und er ist immer total bemüht zu gucken, dass er gewinnt. Ich mochte auch unser Telefonat heute mit dem Sender, wir haben ja heute quasi mit unserem Sender mal telefoniert darüber und dann ging es so um, was macht man so und in welche Richtung geht man so und irgendwann, ich war ja schon, also die haben ja immer so rumgeeiert und haben gesagt, ja, andere Podcasts sind ja ein bisschen inhaltsgetriebener und haben so ein bisschen und ich, also ich habe ja dann irgendwann, jetzt sagen wir es doch mal, wie es ist, wir sind ein bisschen stumpf. Aber das finde ich ist ein gutes Wort. Ja, aber das sind wir ja auch. Aber wenn man das hinkriegt, ne, mit diesem Podcast, dass das Stumpf eigentlich ein positiv behaftet, ja, Stumpf ist Trumpf, ja, aber dass es positiv behaftet wird, weil alle würden sofort denken, ah, Stumpf ist nicht gut, aber ich finde, Stumpf kann auch gut sein. Ja, total, ein stumpfes Messer, es verletzt nicht so viele, tut nicht so vielen Leuten weh, hat man länger was von, weil man muss es nicht immer wieder schärfen. Ja, und man isst weniger, weil es keinen Spaß macht, damit so viel zu schneiden, das ist eigentlich perfekt, das ist ein Diätmesser, könnte man es auch nennen. Absolut. Und sag mal, Andi, du musst mir jetzt noch einmal kurz erklären, was die technischen Probleme bei diesem Telefonat gerade waren. Was hast du alles gehört und nicht gehört? Ich kann es dir nicht sagen, ich war komplett überfordert, also drei Sachen, ja, A, ist mir ja in dem Moment, als ich das Telefon hochgehoben habe, ist mir so aus der Hand gefallen, dass ich unsere YouTube-Aufnahme, also es ist so exakt mit der Kante auf Stopp gefallen, dass einfach die Aufnahme gestoppt hat, das heißt, während ich aber schon im Fernsehen quasi Klaas zugeschaltet war mit meinem Handy, was ja auch total bizar ist, um dann gleichzeitig aber auch so daran denken, dass wir auch einen Podcast gerade aufnehmen und wir das Videomaterial brauchen, musste ich dann da einstarten. Jetzt habe ich aber mal jetzt den großen Fehler und du hast mir schon häufiger gesagt, zieh keine Bluetooth-Kopfhörer zur Aufnahme an. Ja, natürlich nicht. Weil irgendwas, irgendwer kann den immer auswählen, weil der Empfang ist ja ein Mehrfamilienhaus hier, natürlich auch von so einem Bluetooth-Kopfhörer vielleicht auch in die Wohnung da drunter geht und ich habe auf einmal ein Hörspiel auf meinen Kopfhörern parallel noch gehört und war komplett überfordert. Ich habe auch keine Ahnung was, weil man war nicht mal deutsch und wahrscheinlich hat der sich gewundert so, hä, warum läuft das nicht? Dann ging es lauter, dann ging es leiser, dann ging es lauter, dann ging es leiser. Bei dem Gesang hätte ich auch lauter gemacht, also ich meine, du hast ja aus vollem Herzen gerade Umberto gesungen, die Nachbarn müssen halt denken, oder haben die geklatscht danach? Haben auch die Nachbarn gehört? Vielleicht sollte man wirklich sagen, heute Abend, 21 Uhr, stehen alle Menschen in Deutschland am Fenster und singen Umberto, das fände ich viel, viel besser. Nee, geklatscht hat keiner, aber mich hatte tatsächlich die Tage jemand angesprochen, weil ich sitze ja hier bei uns oben auf der Terrasse und hier ist zwar alles zu, aber gleichzeitig auch alles auf, das heißt, hier ist so ein Hinterhof, da fängt sich der Schall ganz gut, das heißt, wenn man sich hier zu laut unterhält, dann kann das ganze Haus mithören und irgendwer meinte zu mir die Tage im Aufzug von mir, sag mal, ich glaube, wenn du telefonierst, ich würde ein bisschen leiser telefonieren, man kann das sehr gut hören im Hof. Jetzt spätestens haben sich alle gefragt, was ich gerade gemacht habe, warum ich einfach Umberto singe, aber egal. Alles nette Menschen hier im Haus, die ich sehr mag und schätze, ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel. Alle leben ja jetzt miteinander. Okay, also ich war doch beeindruckt, wie schlagfertig du da gerade warst, das hast du gut gemacht, Joko. Und, also, das ist ja wie eine Art Fernsehwerbung für unseren Podcast, vielleicht kriegen wir dann mal ein paar neue Zuhörer. Dann müssen wir auch schauen, wo wir bleiben. Sag mal, bist du bereit, bevor wir zum Fahrradfahren zurückkommen, in diesem etwas chaotischen Bereich, den Bildungsauftrag der Woche? Mir ist ja nicht mehr eingefallen. Ey, das macht mich rasend. Du musst diese Notizfunktion in Telefon... Ich habe jetzt tatsächlich so ein kleines Heftchen mit so, keine Ahnung, 30 Seiten oder so hier gefunden im Haus und das werde ich jetzt dafür nutzen, weil ich hatte so einen guten, wo ich mir sicher bin, dass ich ihn immer falsch verstanden habe. So, ich habe einen für dich. Also, ist meine Meinung zumindest. Trilogie versus Triologie. Was ist ein Film, der aus drei Teilen besteht? Wie wird der genannt? Also, die... Trilogie. Warum? Also, ist korrekt? Weil es drei heißt. Auf Griechisch. Tri ist... Ja, genau. Hast du das gerade auf Griechisch gesagt? Ja. Stark. Beeindruckend. Und Trio sagen aber sehr viele Menschen. Das ist... Ja, aber habe ich auch. Früher habe ich immer... Habe ich nicht Paralympics gesagt, sondern Paralympics. Ja, falsch. Aber dann hast du dich mit deinem Griechisch-Studium nochmal und dem Latein... Habe ich einfach nochmal nachgeguckt, genau. Und habe dann... Ich kann... Ich habe früher mit ein paar Jungs aus Griechenland in meinem Heimatdorf da Fußball gespielt. Im Verein. Und da... Ich kann nur die ganz schlimmen Sachen. Ich kann nur noch mehr. Aber das ist alles nicht sauber. Das kann man alles heute nicht mehr sagen. Früher waren diese Schwimpfworte okay. Also, Fahrradfahren ist mein Strava. Da musst du jetzt auch Mitglied werden, damit du ein bisschen fahren gehen kannst. Und dann kannst du im Paris-Bike-Club dort Mitglied werden. Und dann kann man da... Aber da geht es nur darum, weil wir fahren ja nicht gemeinsam. Da geht es nur darum, wer der krasseste Motherfucker ist. Jetzt geht man. Man teilt sich halt einfach mal. Man sieht, wer so gefahren ist. Und das ist schon so ein... Die haben eine Sache irgendwie hingekriegt, die ich nicht... Also, das nennt sich Kudos. Also, so High-Five-Virtuelle. Es ist eigentlich wie ein Like. Aber irgendwie ist es ernster, weil es in so einem Sportbereich passiert. Also, es ist so... Es fühlt sich so ein bisschen besser an, wenn einem so ein ernsthafter Radfahrer einem so High-Five gibt virtuell. Für die Runde. Und dann sagen die auch so, oh, die Watt-Zahl ist ja... Also, auf 8000 Watt habe ich immer noch keine Chance zu kommen, muss ich sagen. Aber... Das kann auch nur 8000 Watt. Das kann nur 8000 Watt. Kann das. Und aber die anderen, also 600 Watt habe ich geschafft heute und war schon ganz, ganz schön. Gestern. Entschuldigung. Gestern. Und, ne. Aber alles, also bringt nach wie vor einen Riesenspaß. Ist ein geiler Sport und kann man auch super Podcast hören nebenher übrigens. Stimmt. Mit AirPods Pro und die dann auf Durchlauf laufen. Das ist ganz angenehm. Also, weißt du, dann hörst du dein Umfeld noch und kannst ein bisschen Podcast hören. Und das ist eigentlich alles ganz cool. Nö. Ich habe mir so einen geilen Helm bestellt. Welchen? Helm ist ein schwieriges Thema. Ich habe noch keinen coolen Helm gefunden. Leider. Ich habe mir einen von, wie heißt denn die, POC oder POC? Ja. Das ist in Europa. Aber... Lustig, ich habe es überlegt. Nein, finde ich nicht. Nein, 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 nein. Aber pass auf, wenn... Aber, weil, weil, jetzt kommt eine nicht so schöne Geschichte. Ein guter Freund von mir hatte vor wenigen Wochen einen sehr tragischen Radunfall. Der mit einem Lungenriss Speiseröhre gerissen, äh, Luftröhre gerissen und Schulterdach gebrochen und was weiß ich nicht alles. Ähm, und auch natürlich massive Kopfverletzungen. Ähm, und da haben die Ärzte auch gesagt, ah, ohne Helm, äh, ohne, ohne weiter darüber nachzudenken, er wäre tot, so. Das heißt, der Helm hat ihm das Leben gerettet. Umso wichtiger, egal wann man Rad fährt, ob man Rennrad fährt oder normal, immer Helm tragen, äh, das nur nebenbei. Und ich habe aber dann von POC oder POC gibt es einen Helm, der hat ein System, wo die Notärzte sofort auslesen können, wo du die stärkste, stärkste quasi den härtesten Impact hattest beim Sturz. Und aufgrund der Story, der Helm ist jetzt nicht der günstigste gewesen, aber da dachte ich mir, aufgrund der Story, wegen 80 Euro, dachte ich mir dann auch wiederum, muss ich jetzt nicht irgendwie sparen, sondern da hole ich mir lieber den Helm, der diesen, äh, ja, wie soll man das, wie Concussion-System da hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das finde ich krass, dass das geht, dass du in diesem Helm ein System hast, was dir sagt, äh, da bist du am meisten aufgeschlagen und dann kann der Arzt halt sofort checken, ob da alles in Ordnung ist. Das ist gut. Ich habe ja, ich bin Ski gefahren einen Tag ohne Helm und da war ich der Einzige auf dem gesamten Berg und habe mich dann auch schnell, also habe ich dann schon auch schnell gecheckt, also ich habe dann am Abend mir auch einen geholt. Aber Fahrradfahren tue ich auch die ganze Zeit mit heim. Das ist schon, das ist schon schwachsinnig, wenn man das nicht macht, glaube ich. Ich habe nur, das ist aller, das einzige Ding, was ich so habe, aber das sollte man wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil Self-Fulfilling Prophecies, aufgrund dieser Erfahrung da im Freundeskreis mit dem Freund, dem das da passiert ist, denke ich mir die ganze Zeit so, oh Gott, ey, ich muss ganz schnell gucken, wie ich aus der Stadt rauskomme, um dann gar nicht mehr irgendwie groß mit Autos in Kontakt zu sein, weil gestern bin ich rausgefahren hier auf die Felder vor die Tore Münchens, um dann da alleine spazieren zu gehen. Und selbst da sind Radfahrer rumgerast wie die Wilden. Und dann dachte ich auch so, ey, wie schnell die manchmal sind. Das merkt man ja, wenn man im Auto sitzt, gar nicht so sehr. Aber wenn du stehst, also wenn der quasi, oder du gehst und der fährt an dir vorbei, wie ultra schnell Rennradfahrer sind. Und wenn dann dieser Impact von Auto und Rad kommt, ey, gute Nacht zusammen. Da habe ich dreimal auf Holz geklopft. Nicht so Bock drauf. Das ist ultra gefährlich. Deswegen fahre ich hier die ganze Zeit nur auf Radwegen. Also da, wo ich fahre, sind ja keine Autos. Ich glaube, Autos sind das Gefährlichste am Ende. Also wenn du, hier gibt es ja wirklich ein sehr, sehr großes Netz an Fahrrad-Only-Fahrräden. Und ich fahre auch hier auf dem Boardwalk, wo man halt dann mit normalen Leuten quasi, also so die echten Rennradfahrer, die fahren ja dann nur auf der Straße, weil sie im Pullen von 80 Leuten und bla bla bla. Das gebe ich mir nicht. Das ist, ich habe so eine Schweineangst, dass irgendjemand textend mit so einem Ford F780, der merkt, dass es nicht so gut ist. Ich merke gar nicht, dass er mich überfahren hat. Wenn es ein Geweih vorne mich zermalmt hat, habe ich keinen Bock drauf, muss ich sagen. Das ist ein Scheißtot. Das ist nicht so richtig gut. Sag mal, was ist dein Content der Woche? Ich habe, ich habe, und der Gewinner der Woche. Die zwei Sachen würde ich gerne wissen von dir. Ich würde gerne mit dem Gewinner der Woche anfangen. Ja, go for it. Ich würde sehr gerne zwei Fußballer ehren. Wir haben uns das vorher nicht abgesprochen. Ich hoffe jetzt nicht, dass du die auch hast. Joshua Kimmich und der liebe Leon Goretzka. Joshua. 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 Joshua ist sein spanischer Bruder. Joshua Kimmich. Joshua. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben die Woche mich sehr, sehr beeindruckt. Und deswegen sind die meine Heroes der Woche. Die haben irgendwann, ich glaube, Freitag, letzte Woche oder so, haben die einen Post gemacht, dass sie zusammen eine Million Euro spenden würden. Für Institutionen oder für Einrichtungen oder für irgendwen, der quasi aufgrund der Corona-Krise in finanziellen Nöten ist oder das Geld braucht oder weiß ich nicht was. Und da war ich wirklich einfach so massiv beeindruckt, weil bis dato hatte man von keinem Fußballer irgendwas mitbekommen in Deutschland, der sich da irgendwie, heißt ja auch nicht, nur weil die sich nicht in Position bringen, dass sie nichts machen. Aber ich fand es geil, dass die beiden das öffentlich gemacht haben. Ich fand es mega, dass die beiden eine Position da einnehmen, wo man auch sagen muss, ja, auf eine Art sind das auch Vorbilder für viele andere und der Funktionen werden die in so einem Moment gerecht. Und Leon Goretzka eh schon wahnsinnig viele ultra gute Statements rausgehauen hat, gerade auch was gegen Rechts angeht. Und in dieser ganzen Zeit jetzt, die ja dann doch irgendwie auch für alle, glaube ich, gerade schwierig ist, so jemanden zu haben wie die beiden, die dann einfach sagen, so wir gehen mit gutem Vorbild voran. Und jetzt mittlerweile ja auch gefühlt die halbe Bundesliga mitgeht und die da Geld einsammeln gerade für einfach eine gute Sache. Wofür auch immer, aber man kann denen bei Wiki Corona eine Mail schreiben. Und dann verteilen sie die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, so wie sie es selber für richtig achten oder wo es Geld gebraucht wird, finde ich ultra gut und bin ich wahnsinnig beeindruckt, wie cool die beiden sind. Ja, Gewinner der Woche, finde ich auch zu Recht. Gewinner der Woche, 100 Prozent. Die haben hier in den USA ist ja auch wirklich sehr, sehr viel, dass die ganzen Sportler quasi die festangestellten Gehälter von den tertiären Firmen oder sekundären Firmen, also so die Hallen, wo die waren, die Leute, die Catering dort gemacht haben und was auch immer, die übernehmen die ganzen Sportler selber. Das ist also tatsächlich und also, ach krass, finde ich das ja auch wirklich abgefahren, wie positiv das alles ist. Also keine Ahnung, ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, dass es so ein, in Deutschland zumindest ähnlich, vergleichbar mit der Fußball-WM-Sommermärchen irgendwie ist, wo so ein dann doch gemeinsames Wir-Gefühl auf einmal entstanden ist. Und dass das jetzt auch ja, ich finde es hoch beeindruckend, wie Leute am Start sind, wie sich gekümmert wird, wie Leute auf einmal bewusst merken, was in ihrem Umfeld sie alles konsumieren und für selbstverständlich sehen. Und vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist und dass die Hilfe brauchen und wie das da ist. Ich finde es ultra krass, wie die Leute am Start sind und wie unterschiedliche, also auch, ja, also auch wie, keine Ahnung, die fette Kuh, dieser Burger-Laden in Köln, weißt du? Die kocht ganz gut. Warst du da mal? Nee, aber guter Name. Ja, und ultra guter Burger. Und die haben halt gesagt, okay, wir hatten drei Tage 0% Umsatz und dann haben wir adaptiert und verändert und fahren jetzt raus und kommunizieren. Wenn man wirklich drüber redet und wenn man quasi auf Insta und dafür ist, ey, wie geil Insta gerade ist, wie cool das ist, dass man, also da haben ja Leute Interesse dran und dann reden Leute, das Video von diesem Bäckermeister, ich habe geheult. Also mir sind die Tränen runtergelaufen, als ich das gesehen habe und so weiter. Also das sind ja Sachen, die waren ja auch technisch gar nicht möglich vor zehn Jahren und die sind jetzt möglich und dadurch ist sowas da und es ist so positiv, wie viel positive Energie da auch draußen ist bei dem ganzen Quatsch. Das finde ich hoch beeindruckend und mega, mega krass geil auch. Und das finde ich, was du eben meintest, so dieses Miteinander, das fand ich auch bei diesem Video von dem Bäcker da aus Hannover so Wahnsinn, der halt einfach sagt so, egal wie der Bäcker heißt, ich mache das hier nicht für mich, ich mache das für alle Bäcker, die irgendwo auf der Ecke sitzen und halt gerade um die Existenz kämpfen. So kaufen Sie Ihr Brot bitte bei Ihrem Local Bäcker so und ich finde auch, das muss man ja auch immer sagen, so in jedem Schlechten muss ja auch was Gutes stecken und ich würde mir so sehr wünschen, dass man aus dieser unfassbaren Krise, die ja wirklich, sag ich mal, Zustände herbeigeführt hat, die wir alle nicht kannten und sehenden Auges quasi mitbekommen haben, dass das passieren wird, aber einfach niemand es ernst genommen hat, bis dann der Twist kommt und man denkt so, okay, fuck, das waren jetzt die 24 Stunden, die ich verstanden habe, wie ernst die Lage ist, dass man da was Positives draus sehen muss. Das ist auch so, wenn ich so sehe, wie in Venedig zum Beispiel die Kanäle so sauber sind, dass man die Fische am Boden sieht, finde ich das beeindruckend, weil die Leute selber, die da Leben ist, nicht gehabt haben, da denke ich mir so, warum kann man denn nicht einfach, da kommen so viele Kreuzfahrtschiffe hin, da fahren so viele Touristen hin, das ist einfach auch so, aufgrund dessen, dass alles möglich war vorher, auch Reisen und so, hat man gar nicht mehr so die Wertschätzung dafür gehabt, wie besonders das ist und ich war zum Beispiel noch nie in Venedig, aber ich fände es total okay, wenn man sagt, Venedig, da kommen am Tag nicht mehr als, keine Ahnung, was eine gute Zeit ist, die Zahl wäre 10.000, 20.000, 50.000 Menschen hin, ich weiß nicht, wie viele 100.000 da wahrscheinlich sonst durchgeschleust werden, weil du nimmst ja so einem Ort auch total die Magie, wenn da so viele Menschen sind, dass du das gar nicht richtig genießen oder erleben kannst und einfach in einem, sagen wir mal, respektvollen Umgang mit der Natur, in einem respektvollen Umgang im Miteinander, wenn das die Konsequenzen, das ist jetzt total träumerisch und romantisch, was ich da sage, aber es wäre so schön, wenn das die Konsequenzen aus einer solchen Krise sind und das Miteinander weltweit auch irgendwie existiert, fände ich das ultra krass und richtig. Also ich bleibe da kleiner und kurzfristiger, ich finde schon beeindruckend, wie die Gesellschaft zusammengerückt ist und wie alle am Start sind und wie sie kommunizieren und wie das ist. Im ersten Schritt 100 Prozent, im zweiten würde ich mir den Rest wünschen. Genau, da kannst du ja in die Politik gehen und dann Bürgermeister haben. Ja, wer weiß, wer weiß. Frau Merkel ist in Quarantäne, vielleicht fahre ich nachher noch nach Berlin und klingel mal im Bundeskanzleramt und frage, Leute, ich könnte, ich hätte Zeit. Ja, ja. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht, aber. Also ich kann da nur für mich sprechen, das wäre ein Job, da bin ich zu stumpf zu. Ich glaube, manchmal, ich neige nicht zu Größenwahn, aber manchmal habe ich also schon so Momente von, ich traue mir zu. Stopp, 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 nicht weiterreden. Neige ich nicht? Nicht weiterreden. Okay, gut, hast mich geschützt, danke schön. Aber manchmal denke ich mir schon, dass er... Warte, 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 warte. Mein Gewinner der Woche ist ein alter Bekannter, Finn Kliemann, der ja schon oft Gewinner der Woche ist, aber der hat so zwei, drei Sachen A gesagt in diversen, sehr guten Livestreams, so dass es darum geht, schnell zu adaptieren, schnell zu kommunizieren, authentisch, unterschiedlich halt sich zu verändern in so schwierigen Zeiten. Und vor allem hat er es danach dann auch gezeigt, mit dem, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, er hat halt ein Musikvideo, hat das quasi gedreht, hat dann eine App gebaut, wo jeder bei sich zu Hause jeden Frame, also ein Musikvideo über drei Minuten hat dann 24.000 Frames, weil es halt 24 Frames pro, also Einzelbilder, und die hat er dann, jeder konnte quasi sich einen Frame auswählen und konnte das dann nachstellen. Und dann konnte man das hochladen und dann wird jetzt quasi hinten raus aus diesem Video mit anderen Menschen. Und das ist so abgefahren geil und so kreativ und so, ich freue mich wie ein Schnitzel auf das fertige Ergebnis, weil das nur geil sein kann, aber die ganze Aktion ist schon wieder so bahnbrechend und so pioniermäßig, dass das echt wieder beeindruckend ist. Und der hat ja auch schon, also ich bin auch gespannt auf diese Doku, die da kommt, der hat ja letztes Jahr schon die Musikbranche eigentlich revolutioniert, indem er so und so viele Sachen rausgemacht hat. Und das dann aber zu deliveren. Das eine ist ja zu erzählen, ja, ja, ihr müsst alle, ihr müsst alle adaptieren, ihr müsst alle schneller sein, ihr müsst alle was auch immer, ist das eine. Das labern können viele. Aber das sofort in der absolut besten Variante zu deliveren, ist zutiefst beeindruckend und echt crazy, was der da ist. Deswegen ist er für mich der Gewinner der Woche, neben vielen. Und ich habe viele positive Sachen gesehen diese Woche. Was hast du Content der Woche? Was ist dein Programm-Trip, würde man sagen? Ich würde gerne einen, einfach nur auch, weil ich sehr viel, ich habe meine, ich habe sonst tagsüber eine Stundenlimitierung, oder 24 Stunden, eine Stunde Instagram am Tag, das ist mein Limit. Und die habe ich ausgeschaltet, deswegen habe ich sehr viel Instagram gemacht die letzten Tage. Epic Lava ist ein Account, da kannst du Lava angucken. Guckst du gerade? Ja, und dann, wenn man jetzt auf YouTube uns zuguckt, dann kann man quasi das sich anschauen auf dem Rekord. Ich habe eh schon seit Kindestagen eine Faszination für Vulkane und für Lava. Und es sieht einfach unfassbar aus, weil ich dieses sofortige Abkühlen, die Kontraste von diesem Schwarz und von Gelb bis Rot ins Orange irgendwie so liebe. Die sieht immer geil aus, finde ich. Einfach das tiefste Schwarz und das heißeste Rot, was man sehen kann auf diesem Planeten. Und ich habe noch nie einen Vulkan live gesehen. Klaas hätte das große Glück, ja mal beim Duell einen auf seiner Nähe sehen zu dürfen. Und es muss unfassbar sein, diese Geräusche und diese Welt. Und das ist ein so guter Account von Superslomos über Zeitraffer, über Fotos, über verschiedene Lava-Formen. Unglaublich, finde ich wahnsinnig geil, mir anzugucken. Da könnte ich drin versinken den ganzen Tag. Epic Lava, Content der Woche von Joko. Mein Content der Woche ist, ich habe eine neue Amazon-Serie. Also ich war ja in Joshua Tree, wo wir ein paar Mal telefoniert haben. Weil ich da so, also mein Vater hat früher in seiner, also wir waren eine fünfköpfige Familie und der hat immer einmal im Jahr drei, vier Tage allein Urlaub gemacht ohne Familie. Also um irgendwie für sich, sich zu sortieren. Das gleiche versuche ich manchmal und das war jetzt sehr, sehr schlechtes Timing, dass es da diese Tage waren. Aber ich bin, wir haben übrigens den Roadtrip gecancelt. Wie du merkst, bin ich im PCH. Wir sind nicht mit dem... Ach stimmt, ihr wolltet ja eigentlich mit dem Dings unterwegs sein. Ich dachte, es wäre eine gute Idee kurzfristig, dann hat sich aber in den Wochen, also es hat sich innerhalb von einer Woche umgedreht in das genau das, nämlich Reisen und an unterschiedliche Orte gehen, ja einfach das Dümmste ist, was man machen kann. Das war mir da noch nicht ganz klar, deswegen habe ich das alles gecancelt. Und wir bleiben natürlich hier. Sinnvoll und gut. Genau, der, aber ich war eben in Joshua Tree, das ist hier so anderthalb Stunden weg von hier und an einem alleinigen Ort und dort habe ich dann den ganzen Tag Amazon Videos geguckt und nicht zu mir gefunden. Habe auch ein bisschen gelesen, habe auch ein paar Sachen gemacht, aber ich habe eine Amazon Prime Serie, Hunters heißt die und das ist... Oh, ist gut. Abgefahren geil. Also es hat zwei Sachen, es ist sehr, sehr lang, also jede Folge ist so eine Stunde zwanzig, fast wie ein Film quasi. Und das macht es aber ja, im Moment hat man ja ein bisschen Zeit, macht es ganz geil. Es ist abgefahren gedreht, es ist so ganz Quentin Tarantino mäßig und so mit so kleinen, lustigen, ironischen Sachen dann aber, also es ist ein ganz hervorragender Umgang, finde ich, mit so einem, war sehr in der Kritik, weil sie natürlich völlig überspitzen und Quatsch erzählen. Also es geht darum, dass in den 70er Jahren eine Gruppe von Leuten in New York, so eine Privatgruppe quasi, so ein bisschen Superhelden mäßig die alten KZ, also die alten Nazis jagen, die noch in Amerika sind, was ja. Und das wiederum ist eine echte Geschichte, Operation Paperclip heißt die, die haben, Amerika hat relativ viele Nazi-Scientists rübergeholt für die NASA. Also und das habe ich wirklich, also zumindest meine Recherche hat es ergeben, dass es sehr viele Menschen, es gibt eine ganz krasse deutsche Enklave dort in der Nähe, die alle die ganze Mondreisen, die ganzen Apollo-Missionen unterstützt haben von der Knowledge von Nazis sozusagen. Und deswegen gibt es eine riesendeutsche, da gibt es jeden Donnerstag einen Biergarten und jeden Sonntag einen was auch immer. Es gibt eine riesendeutsche Kolonie und das wiederum wird dann natürlich auch thematisiert, dass die quasi so ein bisschen undercover nach Amerika geholt worden sind. Wusste ich gar nicht. Was sie, ich auch nicht. Und da, da, aber wie quasi sie damit, und sie zeigen natürlich, was für schlimme Dinge die gemacht haben in den KZs und das tun sie aber ein bisschen überspitzt anscheinend, das stimmt nicht, das hat nichts mit der Realität zu tun, wie doll sie das machen. Aber die Serie ist ultra geil. Al Pacino als Typ, noch so ein junger Schauspieler, der ultra geil ist, ist mega geil gedreht und geil gemacht und Look und Schnitt und so wahnsinnige unterschiedliche Sachen. Also lohnt sich wirklich richtig krass. Hunters heißt das und ist auf Amazon Video, glaube ich. Also wenn ich das richtig, also irgendwo anders wird es das ja auch geben. Muss man halt, ja. Musst du dir einen VPN-Client, wenn du es nicht angucken kannst. Aber ich glaube, die haben wir sogar. Ich habe mir gestern, weil das ja die Zeit auch ist, wo man jetzt dann tatsächlich so verrückt, das ist Wochenende und es fühlt sich null an wie Wochenende, weil du liegst sonntags auf der Couch und du hast die ganze Woche auf der Couch geliehen, du hast zwar auch gearbeitet, aber du bist halt die ganze Zeit zu Hause. Ich finde das so verrückt, wie sich das irgendwie so weird anders anfühlt, wenn du dann auf einmal Wochenende hast und trotzdem einfach zu Hause bist. Und dieses Zuhause sein ist nichts Besonderes mehr, was es sonst immer total war. Endlich Wochenende. Endlich Wochenende, ja, das ist aber so. Oder auch endlich Feierabend. Endlich Feierabend war so, dann fahre ich jetzt nach Hause und man lässt irgendwie so den ganzen Stress hinter sich und die Tür fällt ins Schloss und man denkt so, okay, jetzt können wir alle am Arsch lecken. Und jetzt ist endlich Feierabend, man klappt den Laptop zu und man sitzt zu Hause. Also könnte ich nicht. Ich brauche ein Büro, ich habe ja auch eins, aber da habe ich mich jetzt noch nicht hinbegeben, weil man ja zu Hause bleiben soll. Aber, long story short, ich habe mir, weil ich noch nie einen gesehen habe, habe ich mir gestern Harry Potter runtergeladen. Und? Hast du alle gesehen? Nein, ich habe auch kein Buch gelesen. Null meinetwegen. Mein Buch habe ich auch keins gelesen, dafür bin ich viel zu stumpf. Aber, ähm. Ich glaube jetzt, also Harry Potter ist jetzt nicht Internet. Nein, also A muss ich, ich weiß gar nicht, wann der erste Harry Potter ist. Das war das erste hier, Stein der Weisen heißt der, glaube ich, ne? Wie schlecht die Special Effects sind, ne? Also das ist jetzt vielleicht auch, vielleicht setze ich jetzt hier gerade das Maß etwas hoch an und alle, die Harry Potter lieben, hassen mich jetzt. Aber es ist so offensichtlich, was da vor Grün gedreht wurde. Und wie verrückt die Entwicklung er ist, und das ist das, was ich sagen will, in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann der erste da war, aber wenn es 15 Jahre waren, wie krass gut CGI geworden ist, ne? Und ich bin aber, ich bin so bei der Hälfte raus, weil dann jemand angerufen hat und dann war ich abgelenkt, habe dann nach der Hälfte angehalten. Ich bin irgendwie, ne, das sage ich jetzt nicht. Wer hat's, wer hat's? Hooked? Du findest es gut. Du findest es jetzt, aber die Story ist halt gut. Das ist ja eines der besten Storytelling-Beispiele. Ich bin gepottert, falls man das so sagt. Gepottert, ne. Hat mich richtig gepottert. Ne, aber ich war so, weil man weiß halt so, das Geile ist, glaube ich, man weiß so viele Dinge über Harry Potter, ne? Wie zum Beispiel das neundreiviertelte Gleis oder so. Und dann kommt halt so eine Szene, wo der am Bahnhof steht und denkt sich so, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Wo ist denn wohl das neundreiviertelte Gleis? Und es macht irgendwie so Bock, weil man natürlich dann auch in der Geschichte jetzt schon weiß, wo das hinführt und dass er nicht am Ende eines jeden Filmes sterben wird und dann wiedergeboren wird oder so, sondern es ist irgendwie so geil, in diese Welt einzutauchen. So ein bisschen wie Game of Thrones, auch in der Vergleich vielleicht ein bisschen hin. Hast du auch nicht geguckt, ne? Ne, gar nicht. Auch Star Wars nicht. Das ist null mein Thema. Wie Star Wars? Und jetzt kommt Star Wars habe ich gestern auf ProSieben kam, ich weiß gar nicht welcher, weil ich auch kein Star Wars Fan bin. Und da muss man sagen, es war bei der ersten. Harrison Ford war, glaube ich, gefühlt 14 in dem Streifen. Da muss ich sagen, da waren die Special Effects so schlecht, dass einem wirklich schwindelig wurde, wie verrückt das auch ist, wie man das früher als, oh mein Gott, das ist so krass. Wobei man das jetzt nicht mit dem heutigen Maßstab messen sollte, aufgrund der technischen Möglichkeiten, die es nicht gab. Aber es ist halt geil, wenn du siehst, wie du auf so einem komischen Dinosaurier reitet und du siehst in der Totalen, wie komisch das wirkt, weil das ist wirklich so, als wenn da nachträglich jemand irgendwie einen aus Papier ausgeschnitten Dinosaurier ins Bild mit Zeichentrick reingebaut hätte. Und dann siehst du den im Close-Up, wie er davon absteigt und du siehst so richtig am Hals die Stelle, wo der Kopf sich dann rausbewegt. Also null meins, aber da war ich auch ganz kurz angefixt und dachte mir, gucke ich jetzt den Star Wars zu Ende und werde vielleicht doch noch Star Wars Fan, weil jetzt braucht man ja gerade so Content, der einen lange, lange durchträgt. Hast du The Jinx gesehen inzwischen, was ich dir irgendwann mal in einem Jahr empfohlen habe? Nee, hast du auch schon mal, nee, hab ich nie. Ah, guck mal, das schreibe ich mir direkt auf. So was musst du dir angucken. Der ist jetzt verurteilt worden, wegen der Sendung. Ich meine, stell dir das mal vor, du machst eine Doku, erwischt den Typ, weißt du noch? Also das war der, der erwischt wurde, weil er sein Funkmikro nicht ausgemacht hat und ins Klo gegangen ist und sich die Hände gewaschen hat und gesagt hat, na, they got me. Und dann hat er ein komplettes Geständnis und der Tonmann, wie der Tonmann da gesessen und so. Und das gibt's halt alles auf Kamera und deswegen ist er jetzt verurteilt worden. Ah, geil, den Jinx hab ich mir gerade aufgeschrieben. Aber was auch geil sein muss, ist doch diese Geschichte über den Typen, der die Katze gequält hat. Kennst du das? Ich weiß, du weißt den Namen gerade nicht. Sagt dir das was? Klingelt's da bei dir? Nee, überhaupt nicht. Aber ich kann's kurz googeln. Wir müssen kurz Werbung machen. Ja. Und dann können wir über den Typen mit der Katze reden. Alter, Joko, O2-Flips völlig aus. Was haben die jetzt schon wieder gemacht? Die haben jetzt alles Unlimited gemacht. Also hab ich zumindest das Gefühl. Ja, ja. Erst O2-Free Unlimited mit Endlosdaten. Jetzt hab ich noch was entdeckt. O2-Kunden mit einem Mobilvertrag können sich O2 Unlimited Games Flat schießen. No way. Doch, du kannst quasi alles, also Pac-Man gibt's da und was auch sonst so. Alles Unlimited, über 1500 Spiele für Android und da kannst du quasi alles gamen ohne Ende, bis der Arzt kommt. Hab ich noch an, gamen bis der Finger abfallen. Aber sowas kostet doch bestimmt 5000 Euro im Monat. Nein, 7,99 Euro. Monatlich kündbar für O2-Kunden. Mach ich sofort. Go Unlimited. No, 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 no. Jetzt drehen wir auch durch. Go Unlimited. Genau. Die müssen verrückt sein bei O2. Was war dein Ohr-Moment der Woche? Ah, darf ich einen Ohr-Moment von dir nehmen? Ich habe ja die Woche verfolgen dürfen, wie du auf Twitch FIFA gespielt hast, gegen den netten Herrn, der da reingekommen ist. Und ich dich gefragt habe, wie viele Menschen schauen denn da zu? Und du so, wie viele Menschen schauen da zu? Das ist einfach so ehrlich, 77 Leute haben es gesehen. Und dann hast du in dem Moment noch so eine Hereingabe von der Seite gemacht und ein Tor. Und das fand ich so ehrlich. Ne, das stimmt nicht. Das war einfach ganz letztlich nur den Fuß reingehalten. Kann man doch bestimmt suchen und sich angucken. Ich heiße Paul Ripke auf FIFA. Kann man jederzeit. Ich nehme alle, auf Twitch Paul Ripke ein Wort oder It's Ripkey, weiß ich nicht. Oh scheiße, jetzt weiß ich das nicht. Egal, aber ja, zu Recht der Ohr-Moment der Woche. Mein Tor. Unfassbar gut. Mit Liverpool gegen, ich glaube der andere musste mit Sandhausen spielen. Nee, Sagen Pauli war es. Sagen Pauli gegen Liverpool. Das war auch schon so unverhältnismäßig. Aber ich fand es saugut. Das war wirklich mein Ohr-Moment. Dich bei Twitch zu sehen und dann machst du noch ein Tor in den 30 Sekunden, wo ich zugucke und du beantwortest die Frage, dass da nur 77 Leute drin sind. Das fand ich ultra ehrlich. Okay. Saugut. So, Typ mit Katze, da kommt nichts bei Google. Joko, ich kriege es nicht. Warte, 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 warte. Ich google auch mal kurz. Parallel hier. Katze Japan war das, glaube ich. Katze Japan Misshandeln. Sieh mal, wie ich google. Misshandeln Serie. Da kommen aber jetzt ganz andere Produktempfehlungen für dich in Zukunft. Wenn du das jetzt, jetzt ist dein Google-Algorithmus auf anderem. Ist das das schweigende Katze? Nee, das ist es nicht. Tippe, tippe, tippe. Hä? Wahrscheinlich drehen jetzt gerade alle durch, weil es einem nicht einfällt. Netflix. Ist aber auch egal. Das können wir doch nächstes Mal machen. Nee, das ist mega. Weil da geht es wohl darum, dass die so ein Video gesehen haben im Internet. Und da siehst du halt wohl... Das ist eine Double-Tasking-Fähigkeit. Das ist geil. Meine, ne? Ich würde dir die allgemeine Geschichte erzählen. Wir haben hier im PCH, als noch Leute vorbeikamen... Don't fuck with cats. Don't fuck with cats? Ja. Okay. Das ist nur ganz kurz die Story, falls es irgendwer noch nicht kennt. Es gibt ein Video über YouTube, wo so ein Typ so massiv eine Katze misshandelt, dass dann Menschen losgezogen sind, um diesen Typen ausfindig zu machen. Und ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber ich wage jetzt mal die These, dass sie ihn umbringen. Und darüber gibt es quasi eine Dokumentation, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und das muss absurd sein. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich schaue es mir an. Also, als die Zeit hier noch normal war, kam so... Da war Champions League Bayern. Das war doch nie so. Und dann haben wir das angeguckt. Und dann habe ich... Ich habe das irgendwie gepostet, dass wir das gucken, auf einen großen Projektor und riesengroß. Und dann waren hier so, keine Ahnung, 15, 20 Leute oder sowas, alles Deutsche, und die halt Bayern geguckt haben. Dann haben wir hier mittags um zwölf ein Bier aufgemacht. Und alles war lustig. Und wir haben Champions League Viertelfinale geguckt. Und John, weißt du, der bärtige Typ, der jetzt so zweieinhalb Monate, drei Monate bei mir arbeitet. Und der hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstags immer da ist. Und der mir halt hilft mit dem Store und aber auch ein bisschen Design macht und was auch immer. Und der war so da. Und für den ist es immer so ein bisschen blöd, wenn 29 Deutsche da sind. Und er der einzige Amerikaner ist. Da waren auch drei, vier Amerikaner, aber was auch immer. Und er sitzt so dabei und führt so Smalltalk und hat dann irgendwann so, einfach so gesagt, so nach 25 Minuten oder so, hat er so zu mir gesagt, hey Paul, have you ever been in a stadium at a soccer game? Hä? Was? Und hat mich halt gefragt, ob ich jemal in einem Stadion war eigentlich. Und allen, allen ist so alles entglitten und sie haben ihn so angeguckt und gesagt, was? Und dann so, yeah, like World Cup or something. Have you ever seen a game in real life? Und er hat aber so gemerkt, dass irgendwie war die Frage nicht cool, die er gestellt hat irgendwie. Und ich so, yes, I do that book. Und ich hab doch den Tisch hier so auf diese Gold. Ja, da, wo ich genau, ja, richtig. Hast du da mal, also das ist so geil und das ist das zweite Mal, dass ihm das passiert. Der hat ja auch nicht, der hat dann irgendwann gefragt, warum ein Teil vom Formel 1 Auto an der Wand ist. Und dann ich so, ja, weil ich da gearbeitet. Was, du hast da gearbeitet? Ich dachte, du wärst Fotografen. Ich so, ja, ich hab da Fotos gemacht. Und dann so, okay. Und irgendwie guckt er dann aber nicht weiter. Also und dann ist er drei Wochen später, kam er und hat gesagt, ich hab dich bei Drive to Survive gesehen bei Netflix. Das ist ja crazy, du hast ja in der Formel 1 gearbeitet. Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja was. Und das ist so geil, weil der halt nichts, aber auch gar nichts weiß, was ich gemacht hab in den letzten 10 Jahren. Aber das macht er nicht aus Kokoterie. Also das ist nicht so, null. Das ist einfach nicht, für den ist das, der wollte nett sein. Der wollte eine nette Frage sein. Das war auf jeden Fall einfach ein bisschen lustig zumindest, wie das hier so war. Naja, ansonsten, der Nachbar räumt alles aus hier. Also was für wirtschaftliche, wie sieht so die wirtschaftliche Situation bei dir aus? Hast du, also merkst du das schon, dass das jetzt bei euch bei der Florida oder was auch immer? Sagen wir mal so, das wird die Zeit zeigen. Also das ist so im Hier und Jetzt alles gut. Und ich glaube auch, dass das noch ein paar Monate gut geht. Aber nicht wissend, wo die Reise hingeht und nicht wissend, was dieses Jahr alles produziert werden kann und was nicht, weil das gerade so ein bisschen off hold ist, wird sich zeigen, wie sich das dann auswirkt. Aber im Hier und Jetzt noch alles safe. Ich glaube, da hat man aber auch das große Glück, dass man mit Late Night eine Weekly Show hat, die quasi läuft. Da hat man das große Glück, dass wir gerade fünf Folgen... Die darf auch weiter produziert werden. Ja, die waren ja gerade eben im Studio. Ach so, stimmt. Also bei uns darf man das schon nicht mehr. Da sind wir ja einen Schritt weiter in Kalifornien. Bei uns dürfen nur noch essentielle Businesses offen sein. Also du darfst halt kein... Na ja, TV-Produktion ist wahrscheinlich schon... Das ist journalistisch, oder? Ja, also bei Klaas definitiv, ja. Aber ich lache aus dem anderen Grund. Ich musste gerade was Witziges denken. Nein. Was aber... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als essentiell bezeichnen würde, aber ich finde es insofern schon wichtig, dass das ja was ist, was die Leute abends unterhält, vielleicht auch mal ablenkt und aus einer Welt rausholt, die irgendwie gerade irgendwie nicht so geil ist für alle. Aber es ist schon so, dass es schon dadurch alleine, dass man gerade fünf Folgen JKP7, also Joko und Klaas gegen ProSieben aufgenommen hat, dass das schon mal eine gewisse Sicherheit bringt. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass man jetzt sorgenfrei durch dieses Jahr schreiten wird, sowohl für die Firma als auch für alle, für die man da verantwortlich ist. Wie sind die anderen Sachen so? Sushi-Bike und sowas? Ja, auch spannend. Das ist alles so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, weil natürlich für uns jetzt die Situation kommt, dass der Sommer jetzt eigentlich kommt, quasi Hauptsaison im Fahrrad kaufen. Und die Unsicherheit aber, wie kommt die Produktion denn voran? Und wie kommen wir denn überhaupt mit den Leuten so weit, dass man es bestellen kann? Also bestellen kann man, aber wir können halt nicht safe sagen, dann und dann wird ausgeliefert, weil wir natürlich auch auf Lieferanten angewiesen sind. Das lösen wir gerade alles und das sieht auch ganz gut aus, dass man da gute Lösungen findet. Aber es ist schon echt eine aufregende Zeit, weil nicht umsonst. Ich habe zwar dann ein Homeoffice und bin daheim, aber ich bin echt den ganzen Tag damit busy irgendwie. Also es macht auch Spaß irgendwo, weil es ja Herausforderungen sind, die man dann annehmen muss. Aber es macht schon irgendwie Spaß, diese Herausforderung auch zu klären oder zu lösen. Und das immer, und das ist vielleicht auch etwas, was einzigartig ist, auf einmal ist man halt wieder viel tiefer in allen Themen drin, weil man halt bei allen inhaltlich richtig abgeholt wird und bei allen dann auch immer seinen Senf dazugeben möchte, um auch zu versuchen, das dann so gut wie möglich zu gestalten, weil es schon herausfordernd ist. Also einfach ist es nicht, aber ich bin da, wie du es eben auch schon gesagt hast, guter Dinge. Also es bringt ja gar nichts, wenn man jetzt irgendwie den Kopf in den Sand steckt, sondern da muss man halt einfach Wege und Möglichkeiten versuchen, sich zu erarbeiten, die vielleicht vor drei Wochen undenkbar gewesen sind, aber jetzt halt die einzigen sind, die möglich sind. Aber merkst du es denn von deinem Kram? Ja, aber es geht noch so halb. Also Paris wird ja in Rip Kitchen, es gibt ein neues Heft und das wird gerade gedruckt. Also das geht ganz gut. Also das haben wir fertig produziert sozusagen. Also ähnlich wie bei dir, JKP, also ganz Glück gehabt mit dem Timing. Ich persönlich finde ja, dass es ja zumindest halt Rezepte sind, die man irgendwie, ich habe jetzt am Samstag, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe ich irgendwie, ja, ich mache sowas ja ein bisschen aus dem Bauch raus und habe dann einfach tausend Hefte verschenkt und auch wirklich verschenkt. Also so, dass das... Das ging aber relativ schnell. Es waren irgendwie 16 Minuten. Ja, 16 Minuten hat es gedauert. Dann haben wir tausend da und dann nochmal tausend mit 50 Prozent. Damit habe ich zumindest so das Handling und die Druckkosten dann gedeckt für die 2.000 in Summe. Finde das aber ganz cool, dass man, also das Fulfillment hat halt gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Wir, also normal ist so Rip Kitchen, keine Ahnung, 15 Hefte pro Tag oder 20 oder sowas. Und auf einmal sind es jetzt 2.000 und sowas muss ich halt normal ansagen. Du wirst lachen, ich habe genau das gleiche gedacht. Ich dachte mir, geil, 16 Minuten, 1.000 Hefte, irgendwer muss die ja händisch einpacken. Genau. Das kostet ja auch Geld. Ja, ja, klar, aber es ist ja auch wahnsinnig Aufwand. Genau. Aber die gehen jetzt alle raus. Heute sind, glaube ich, 800, heute ist Montag und morgen nochmal 800 und dann so weiter. Also das läuft auf jeden Fall. Rip Kitchen mache ich mir auch nicht so viel Sorgen. Das ist ein kleines Produkt. Die Paris-Sachen, die werden auch gerade produziert in Portugal. Da ist der Stofflieferant ist schon zu. Also wir haben 90 Prozent der Ware an Stoff. Also erst wird ja der Stoff hergestellt. Aus dem Stoff wird dann ein Produkt genäht sozusagen. Und das sind zwei unterschiedliche Fabriken. Der Stofflieferant hat 90 Prozent des Stoffes geliefert und das wird auch weiter verarbeitet. Und da geht es auch so halbwegs. Ich bin mir aber nicht sicher. Also heute würde ich jetzt nicht ein Hoodie neu launchen oder was auch immer. Weil ich glaube, neben der Tatsache, dass Leute andere... Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie würdest du es denn machen? Glaubst du, der hier Jay, der Typ, der dieses Paddle Mafia, die Klamotten, die Radklamotten macht, weißt du, der hier im Büro ist, der bricht hier alles ab. Also es gibt ja auch viele Leute, die Michi Fritz hat auch abgebrochen. Also so, die ist sofort nach Hause geflogen mit Viva con Agua California und hat das Abenteuer, weil die Idee dahinter war ja, dass Leute nach Amerika kommen und dort dann so Artist in Residency heißt es, dass die da was kreieren für Viva con Agua und es kann natürlich niemand mehr kommen. Und deswegen ist es dann... Und die haben natürlich auch Angst in ihrem... Also ich finde es ganz interessant, weil die halt alle, die sagen ja, ich will nach Hause. Und ich bin immer so, hä, du bist doch zu Hause. Also ich fühle mich hier zu Hause. So wir fühlen uns hier zu Hause, weil wir halt auch vielleicht drei Jahre da sind. Aber Jay zum Beispiel bricht jetzt alles ab, fliegt für Unsummen zurück nach Australien. Der kommt aus Australien, weil der, und das hat er klar gesagt, im Radfahr-Klamotten-Bereich hat er, er sagt, ich glaube sieben Sales gehabt in den letzten zwei Wochen, wo er normalerweise 7300 Bestellungen hat. Also ein Tausendstel der Bestellmenge bei ihm. Und das ist komplett eingebrochen und niemand bestellt mehr Radtrikots. Und damit muss er, er musste die Hälfte der Leute rausschmeißen. Deswegen geht er auch noch nach Hause, um sich zu kümmern. Also da sind schon, glaube ich, essentielle Einschnitte dran. Und da weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt Paris irgendwas launche, ob das jetzt aktuell... Ja, aber da würde ich halt warten im Moment. So ähnlich wie ihr mit dem Fahrrad. Also so, ob das jetzt... Aber also, de facto sind auch alle Jobs abgesagt. Ich hatte ja schon auch noch ein paar Fotovideosachen. Also so drei, vier Sachen, die ich machen wollte. Das ist auch alles abgesagt worden natürlich. Aber da bin ich... Also da werde ich mich nicht beschweren, weil das trifft ja andere viel, viel härter. Ich kenne Filmproduktionen, die Insolvenz anmelden mussten, weil die einfach Festangestellte haben und keinerlei Auftrag. Also es ist insolvenzrechtlich. Aber das ist genau das, was ich meine. Das ist unser großes Glück. Ich glaube, hätten wir jetzt nicht diese fünf Sendungen noch so gerade ins Ziel bringen dürfen. Ja, habt ihr auch noch hingekriegt, ja. Wüsste ich auch nicht, wie unsere Gesamtlage war. Von daher war das einfach Timing-mäßig sehr, 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 sehr großes Glück. Und da kann man ja für den Klima wieder, also wenn man jetzt hinkriegt, irgendwie zu adaptieren und schnell zu reagieren und unterschiedliche Sachen zu machen. Und das wiederum, da mache ich mir bei dir und mir auch nicht so viel Sorgen, weil wir ja andere Sachen immer machen. Also wir machen ja, du hast ja vor zwei Jahren, keine Ahnung, Gin gemacht, jetzt machst du ein Fahrrad. Also weißt du, so die Themen kann man ja variieren in dem, wie wir arbeiten. Ja, da gibt es ja ganz viel, viel schlimmere Schicksale. Und sowas ist wiederum wirklich das, was ich, also keine Ahnung, so habe ich schon immer getickt, als mein Vater gestorben ist. Was wahrscheinlich mein schlimmster Moment war. Da habe ich immer mir schlimmere Beispiele angeguckt. Also weißt du, so andere Geschichten, die sich nicht, also weißt du, der war sechs Jahre krank und ich habe mir halt vorgestellt, wie schlimm das sein muss, wenn jemand beim Autounfall ums Leben kommt. Wie schlimm das sein muss, wenn man nicht sich verabschieden kann, ein bisschen solide. Wenn man nicht so eine gemeinsame Zeit auch bis zum, wenn man jetzt elf wäre als Kind und nicht 20 wie ich, weißt du, also so. Und das hat mir immer geholfen und das hilft mir jetzt auch total krass, dass ich wirklich einfach totales Glück habe. Und das ist ja nicht, weil ich der Visionär bin, sondern weil ich einfach ein Glücksschwein bin. Aber das zeigt abermals, du kannst, glaube ich, noch so hart arbeitend sein und du kannst noch so visionär sein und du kannst noch so gut sein in dem, was du machst, wie entscheidend Glück manchmal einfach ist darüber, dass man halt einfach die Situation so erlebt, wie man sie dann gerade erlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Glück einer der größten Unbekannten ist, die man nicht beeinflussen kann, die einfach passiert oder nicht. Und da fragt man sich dann auch, gerade in Situationen wie diesen, warum trifft es den einen so und den anderen so? Ich habe die Tage hier mit Eric Marquardt, der ist von den Grünen und beim Europaparlament telefoniert und der ist auf Lesbos. Und da ist ja dieses Riesencamp, wo gerade auch irgendwie ganz viele Flüchtlinge sitzen und der sagt halt auch, die müssen jetzt hier weg. Die müssen wir evakuieren aus dem einfachen Grund, weil wenn hier die Corona-Krise ankommt oder der Corona-Virus ankommt, dann ist das ein Menschensterben, was wir so noch nicht erlebt haben, weil hier gibt es für eine Person, wir reden aber davon 20 Sekunden Händewaschen, hier gibt es für eine Person nicht einen Wasserhahn, hier gibt es für 1300 Personen einen Wasserhahn und all das. Und dann denkst du dir auch so, ganz ehrlich, auf dem Level, wo man sich gerade selber so gemaßregelt vom Staat fühlt, ist das einfach immer noch ein ultragroßer Luxus. Mich hat weder bisher dieses Virus erwischt, noch habe ich irgendwie ein großes Problem auf einer, zumindest im Hier und Jetzt noch nicht, auf einer existenziellen Ebene in den nächsten vier bis sechs Wochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch gerade, das ist das, was du eben meintest, mit dem näher zusammenrücken, im Gesamtkontext von allem auch jeder gefragt ist, das eine zu leisten, was er leisten kann, on top zu dem, was er vielleicht bei Netflix sich so anguckt, sondern was kann ich denn gerade für andere machen? Und ich finde, das ist irgendwie so das, was ich wahnsinnig, auch das ist auch ganz viel, was man selber gerade parallel macht, mit solchen Leuten telefonieren und sagen, wie kann man denn da helfen, was kann man denn da tun? Oder wenn man einfach, hier unser Kollege Friedemann, der gerade irgendwie auch ein sehr, sehr gutes Thema aufsetzt, wo ich ihm auch gerade Kontakt gemacht habe zum Bundesgesundheitsministerium, wo ich einfach sage, ey, pass auf, das ist ein super Thema, das muss aber so und so gespielt werden, dann könnte das viel, viel größer werden. Und das macht halt wahnsinnig Bock, in solchen Momenten jetzt einfach zu helfen, das, was man selber so an Möglichkeiten hat, an andere weiterzuübertragen. Und das kann man im Kleinen, im Großen, egal wie und egal wo, glaube ich, einfach sehr, sehr gut im Hier und Jetzt umsetzen. Und wenn es nur dieses ganz banale Beispiel ist, aber ein total richtiges, einen Zettel im Hausflur aufzuhängen und zu sagen, ich gehe gerne einkaufen, wenn Sie nicht können. Ich habe vier Leute hier in der Nachbarschaft, denen ich meine Nummer gegeben habe. Der eine, der immer mit seinem Hund spazieren geht, Manni heißt der, da muss ich mal sehr lachen, weil mein Vater auch Manni heißt, aber der sich nie meldet. Und ich sehe ihn jetzt die letzte Woche nicht mehr, aber in den letzten zehn Tagen habe ich ihn halt öfter gesehen, als man noch ein oder andere Mal draußen war und der geht immer so ganz langsam und gemächlich mit seinem Hund da. Dann habe ich gesagt, wie sieht es denn aus? Kann man nicht was Gutes für sie tun? Kann ich für sie einkaufen gehen? Und da haben wir Nummern ausgetauscht. Aber genau das ist jetzt die eine Frage. Was kann man für andere machen? Und ich glaube, das ist das, wo dann auch die negative Situation von anderen zu einer positiven für einen selber wird, weil man sich total gut dabei fühlt, was Gutes zu tun. Und für die anderen ist es vielleicht essentiell und wichtig und der einzige Strohhalm, dass sie, wenn sie es aus eigener Kraft gerade nicht schaffen, dass man für die da ist. Ich hatte kurz Angst, dass du mir kommst mit einer Business-Idee gerade. Nee, gar nicht. Mit einer Start-Up-Idee, die Alibi-Hunde zum Auslaufen, weißt du? Dass man sagt, ich habe da jemanden gesehen, weil demnächst darf man nur noch mit Hunden raus. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ich vermiete Hunde, dass man draußen noch spazieren kann. Ah, nein, das ist tatsächlich gar nicht. Ich will einfach nur an die Zwischenmenschlichkeit appellieren. Ich weiß, das war ja auch nur ironisch gemeint gerade. Ja, und ich will einfach nur mal klar machen, dass es wirklich, glaube ich, in Zeiten... Ich weiß, ich sehe das ja auch alles so und du hast ja auch recht. Ich wollte nur ein bisschen... Ja, du hast auch recht, Paul. Die Dings, ich... Sag mal, was sind die Top-3-Fails in Sachen Corona? Darf ich die dir kurz erzählen? Ja, bitte. Also du darfst aber nicht lachen, weil alle drei sind natürlich da. Ich finde, die Nummer drei ist dieser Basketballspieler, hast du den gesehen? Der quasi der NBA-Typ, der hat quasi ein Interview gemacht und hat dann so aus Gag, um das alles zu verarschen, so alle Mikros angefasst. Aber halt so ganz ironisch und so kurz vorab leckenmäßig, weißt du? Also so, hat so alle Mikros nochmal angefasst und hat sich drüber lustig gemacht. Habt euch alle nicht so. Drei Tage später Corona-Test positiv. Oh Gott. Und das gibt es halt als Video. Ist wirklich auch richtig low. Nummer zwei ist das Brauereifest. Mitterteich, hast du das gelesen? Da darfst man auch nicht lachen, bitte nicht. Da muss man echt sagen, also die haben ja an dem Tag noch gepostet, wir haben den ultimativen Schutz gegen Corona-Syphikus, die Massenschluckimpfung am Samstag um 18 Uhr beim Starkvielfest, in Mitterteich. Ich meine, hackt's oder was? Ist Mitterteich nicht der Ort, der als erstes komplett... Genau. Weil dort auf dem Starkvielfest sich alle mit Corona nicht lachen. Oh Gott. Nein, das war kein Lachen. Das war ein verzweifeltes Luftholen. Wie schlimm das sein muss, dass du das gepostet hast und dass du das da machst. Aber Nummer eins der Fails in dieser Zeit, und das finde ich, also das beschäftigt mich auch immer noch, weil es so eine visuelle, wahnsinnige Ebene ist, weil es auch so... Erinnerst du dich noch an die, wo ich dir erzählt habe, von Aspen, von der Champagner-Gun. Ja. Also weißt du, dass man Champagner sprühen kann. Das Gleiche gibt es ja als, so stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, es gibt in Ischgl ein Etablissement, wo... Also Ischgl hat ja, glaube ich, relativ erwiesenermaßen ein bisschen zu lang aufgelassen und hat das irgendwie noch mitgenommen. Und da gab es, glaube ich, im Team, im Gläsersammler oder so, oder Barkeeper, eine Corona-Infektion, die das aber noch nicht wussten, die weiter gearbeitet haben. Und das Visuelle davon ist, dort müssen die Gläsersammler, die, die das zusammensammeln und dann zur Bar zurückbringen, das ist so eng und so doll und so apreschi-partymäßig, dass die durchgehend mit einer Triller-Pfeife durch das Publikum pfeifen gehen, damit die Leute aus dem Weg gehen, weil die sonst nicht durchkommen. Und das visuelle Bild dieser Corona-Schleuder sozusagen, also wie, ich glaube, man kann, man kriegt es technisch nicht besser hin, Viren zu verbreiten als mit einer Triller-Pfeife durch immungeschwächte Menschen, die beim Skifahren aus Kälte, aus Alkohol, irgendwie, was auch immer. Ich glaube, schlimmer geht es dann nicht mehr. Das ist wirklich, das ist, ja, das ist nicht gut. So beenden wir die heutige Folge. Nein, tun wir nicht. Soll ich noch etwas erzählen? Ich erzähle dir noch etwas Positives. Und da weiß ich auch was. Ich habe ja gehört, du hast dir Zoom-Aktien gekauft, ne? Ja. Und diese, 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 weißt du? Das ist daran falsch. Ne, das ist nichts falsch. Was Positives habe ich gesagt. Also, weil du so, ich habe ja gehört, du hast dir Zoom-Aktien gekauft. Ne, ich wollte dir nur erklären, dass jetzt Homeschooling hier losgeht. und der, also hier in Amerika haben die Kinder tatsächlich, über Zoom schalten die sich jetzt in die Klasse und in der Klasse steht dann die Lehrerin mit einem Fernseher, wo alle Köpfe drauf sind von den Leuten, die zu Hause sind und dann lernen die über Zoom den Lehrinhalt. Und die haben alle groß, die eine Kamera. Finde ich fassungslos. Ja, aber Wahnsinn. Wie unfassbar geil es ist. Das ist eigentlich das Allergeilste für so Visionen von, könnte man mit Kindern eine Weltreise machen, auch wenn sie schon im Schulalter sind. Das ist ja dann immer so die eine Beschäftigung, die man dann so durchspielt. Wenn Kinder jung sind, ist man meistens selber noch so jung, dass man nicht in der Lage ist, das irgendwie, sag ich mal, zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein Jahr wirklich Auszeit und Reisen um die Welt und versuchen, das Leben irgendwie zu genießen, wenn man lange dafür gespart hat. Da war immer das eine große Thema, selbst wenn es ginge, es geht ja nicht aufgrund der Schule. Und das, finde ich, ist das Geile auf einmal an diesem Homeschooling, dass alle, die da davon erzählen, sagen, wie unfassbar das ist, dass das auf einmal möglich ist. Ich habe selbst hier Kevin, mein Trainer aus Berlin, mit dem ich immer so gerne Sport gemacht habe früher, der kann ich übrigens allen nur empfehlen, Kevin Jendras, Coach Kevin heißt er auf Instagram. Es ist wirklich, er hat immer gesagt so, ja, weißt du, das ist so verrückt, ich wollte immer hingehen und mir so ein Fitnessprogramm anbieten, das man dann runterladen kann für 10 Euro oder so. Dann meinte er, jetzt mache ich mir eine Zoom auf, lade die Leute dazu ein und dann stehen wir da mit 25 Leuten und machen Sport und du kannst sogar jeden aufgrund dessen, dass er seitlich die sieht, kannst du sogar anhalten, nee, nee, mach mal den Fuß weiter gerade, hier, ich sehe, dass das da schief ist. Er meinte, das ist unfassbar. Und dass man diesen Gedankengang nie hatte, zu sagen, hä, dann mache ich das einfach per Livestream oder ich lade Leute zu einem Stream ein, ist irre. Also diese Möglichkeit, die auf einem einmal diese Situation auch wieder gegeben hat, sehen wir es positiv, genau wie du es gesagt hast, ist Wahnsinn. Siehst du ja auch, was Lena Gerke macht wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, total. Sie war nie so cool auf Instagram wie die letzten zwei Wochen. Voll. Sie war noch nie so sympathisch und so cool, wie sie in echt ist. Also es ist so geil, die hat eine Wurfenschau gemacht, die macht Sport, die macht was auch immer und da sind richtig, die berührt richtig viele Menschen. Jeden Tag. Sido. Das ist ultra geil. Sigi, ja, genau so. Sigi geht jetzt Freitag, was auch immer da passiert, ich werde auf jeden Fall hingucken, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, 12 Stunden geht er live. Das ist total geil. Das ist sehr, sehr gut. Deswegen, es gibt viele kreative neue Sachen und das ist doch auch. Ja, das finde ich auch. Was machst du die Woche? Du bleibst zu Hause. Das ist eine einfache Frage, ne? Ich bleibe zu Hause, ja. Ich habe morgen einen pickepackevollen Tag mit tatsächlich von 10 Uhr bis 18 Uhr, ich glaube, danach kannst du mich in der Pfeife rauchen, so Videokonferenzen mit Gott und der Welt. Ansonsten bin ich tatsächlich zu Hause. Es gibt noch eine Überlegung, ob ich Freitag kurz in den Sender fahre, weil es eventuell was gibt, was ich machen könnte. Da überlegen wir aber noch, ob das passieren wird und das ist auch total spannend, weil es gerade irgendwie auch so Zeit gibt, mal Dinge auszuprobieren, weil ich glaube, wenn es dann mal die Gelegenheit gab, Dinge auszuprobieren, dann jetzt. Frag die mal, ob wir nicht nachts einfach unseren YouTube laufen lassen können, so um eins oder um zwei. Im Fernsehen meinst du? Ja, einfach nachts. Wir haben doch unseren YouTube-Kanal, also die Datei, wir schneiden das zusammen und dann könnt ihr das einfach schalten. Das ist auch gut, das frage ich die wirklich. Ich habe morgen eine Telco mit denen, jetzt mache ich das, das frage ich. Mit Herrn ProSieben. Mit Herrn ProSieben. Herr ProSieben, höchstpersönlich, ich rufe mich morgen an. Herr Dr. ProSieben. Ja, bei uns müssen wir checken, was Lena macht die Woche. Die reist ja eigentlich zurück, also deren Praktikum ist vorbei. Aber geht das noch so easy? Am 27. Ich glaube, es gibt noch einen Flug. Also ich meine, Jay hat ja auch einen Flug nach Australien gekriegt. Also es gibt noch normal buchbare Flüge, glaube ich. Und den hat sie auch und da hofft sie einfach, dass er stattfindet. Genau. Und damit sie nach Hause geht, weil die, glaube ich, schon auch lieber nach Hause gehen würde. Wobei auch da bin ich unsicher, ob... Ob das bei dir nicht mehr ihr Zuhause ist? Nee, einfach ob... Man sollte ja vielleicht auch einfach da bleiben, wo man... Also wenn sie nach Hause will und sich dort lieber fühlt, besser fühlt, ist natürlich... Ja, ja, das glaube ich auch. ...das geht erstmal vor. Aber wenn es ihr jetzt eher egal ist, dann sollte sie, glaube ich, eher hier bleiben, weil sie in dem Bereich ist mit den gleichen Leuten, mit denen sie halt ist. Also so... Ja, ich weiß, was ich meine. Genau, dieses Reisen ist ja schwierig. Und sonst, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe wieder... Ich habe es auch nichts vor. Unser Twitch hat ja nicht so richtig angefangen, aber der... Nee, das hat aber zu tun, dass ich dann noch gar nicht... Ich habe auch noch gar nicht... Das muss ich auch sagen. Das wundert mich selber gerade. Ich habe noch gar nicht angefangen, Playstation zu spielen. Ja, deswegen. Aber... Vielleicht bin ich... Fangen wir an. Wir spielen morgen mal eine Runde Playstation. Genau, wenn ich online bin, schreibe ich dir, sage ich dir Bescheid. Soweit, so gut. Und dann... Soweit, so gut. Vielen Dank, Joko. Bleib gesund, lieber Paul. Und wir hören uns und gute Laune, alles Gute und kannst du uns noch einmal... Gute Laune, gute Besserung. Gute Besserung? Nicht, nee. Wir sind gesund. Hochgesund. AWFNR wird präsentiert von... O2. Für mehr O... In deinem Leben. Bye, bye.